Markus Minus, Markus Heils. Hellfarbe Grün, die Nummer 9, Waldemar Guckemus mit Beifahrer Patrick Treppnick und mit Hellfarbe Schwarzweiß, die 76, Marco Unterlucker, Beifahrer Nikola, Bülkir. Beifahrer Nikolaus Beifahrer Nikolaus Der geht hier in Führung und außen rum, da kommt der Marco Hunsrucker und geht an die Spitze. Marco Hunsrucker in Führung vor Karl Keil. Der Markus Venus dann nicht gut weggekommen, nur an der 5. Position, wenn ich das hier richtig sehe. Der Markus geht jetzt auf Platz 4 nach vorne. Markus Venus, Markus Heils, nur auf Rang 4 an der 3. Stelle Emanuel Schramm. Und vorneweg Marco Hunsrucker. Ja, hier geht es ja wieder nur über 3 Runden. Ja, das wird jetzt ja noch eine spannende Sache, eine schnelle Sache. Markus Venus, da kommt er ran und geht an die dritte Runde. Markus Venus, Markus Heils, die noch deutschen Meister haben wir ja gehört. Das Finale zur deutschen Meisterschaft ist ja erst Ende Oktober in Mertel. So lange sind sie noch deutsche Meister. Jetzt bin ich gespannt, ob da in der letzten Kurve noch was geht. Vorneweg Marco Hunsrucker, der fährt das nach Hause und der Markus Venus fläst zum Angriff.